Ja, Gregori Hofmann, absolut bitter, was in den letzten Sekunden noch gelaufen ist. Sie haben direkt angezeigt, dass die Schiedsrichter den Ausgleich noch einmal anschauen gehen. Aber nicht wegen der Goalbehinderung. Nein, ich sehe den Bug draussen aufs Netz. Ich bin fast 100% sicher, aber der Schiri hat das nicht gesehen. Es ist natürlich egal, wir probieren die Challenge nicht für Goalinterference. Sie gehen in Portplay. Ich glaube, wenn wir die Spiele in die Hand gewinnen, ist nicht die Entscheidung. Aber wir müssen sicher besser werden, wir sind in Führung und sicher mehr auf das Spiel machen. Wie sehr schwierig ist das mental, weil es immer so auf Messerschneiden ist? Jeder Fehler kann entscheidend sein in dieser Serie gegen Zürich. Das ist Play-Off. Das ist Play-Off-Finale. Da müssen wir solche Sachen passieren und es geht sehr schnell. Ein kleiner Detail macht die Entscheidung am Schluss und jetzt ist ein Spiel. Dann gehen wir in Zürich und sicher den Sieg holen und besser spielen. Dann gehen wir in Zürich.